Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Train Fever 2. Train Fever, Transport Fever, sowas. Und ich habe mir gerade so ein bisschen das alles angeschaut. Natürlich muss ich in dem Moment wieder alles hier Auto speichern. Und man sieht richtig schön, wie die Züge hier volles Commitment machen und hupen. Aber ich finde, man sieht einfach echt gut, wie das ganze System doch ein bisschen auch floriert. Und gut funktioniert. Also die Busse fahren hier, die Züge fahren natürlich auch. Der Bus fährt ja sozusagen eigentlich zum Flughafen hier. Der Flughafen wird auch immer gut besucht. Eigentlich. Jetzt aktuell nicht mehr so wahrscheinlich, weil einfach zu gut die Verbindungen per Zug sind auch. Weil mittlerweile kannst du hier per S-Bahn hier rüber steigen. Und dann kannst du hier in den Bus oder in den nächsten Zug umsteigen, der hier auch gerade ist. Und bist somit auch jederzeit auf der... What? Zug, du bist zu klein geworden. Wusstest du das schon? Steht das auf der anderen Seite auch schon? Das ist eine Folge fucking her! Holy shit, okay. Dann wird er halt nochmal aktualisiert, der Freund. Wo ist er denn? Zug, Füße, noch gar nicht. Du wirst ersetzt. Aber ich will dasselbe Modell halten. Ich finde das cool. Er wird bloß gegen eine Doppel-Vierer-Garnitur getauscht. Oder wir bauen uns selber einen. Nehmen wir uns den hier und dann nehmen wir uns das... Wo sind die Mittelteile? Die müssen doch wahrscheinlich unter Passagier sich befinden, oder? Hier, genau. Ausgestellter Hochleistungsmittelwagen. So. Und dann so ein... Den hier noch. Ersetzen. Bist du ein bisschen größer geworden und hast ein bisschen mehr Kapazität, mein Freund. Solltest du alle transportieren können. Ich glaube, dann wird er halt den Bus überflüssig. Aber wenn die Strecke halt so beliebt ist, was soll man machen, ne? Der Zug hier ist eigentlich nie wirklich voll ausgelastet, aber der fährt auch regelmäßiger. Da fährt ja nur einer. Das macht halt einen dezenten Unterschied, ne? Da bin ich gespannt, wie die Finanzen jetzt nach oben schießen bei denen. Aber zurück zu unserem Thema mal. Obwohl mich interessiert, wie viel warten hier gerade? Das ist so voller Bahnhof. 300! Ja, ist klar! Zug, du musst dich beeilen. Du hast ein paar, viele Besucher. Ich würde es auch hören. Du gehst von Tunnel zu Tunnel. Und jetzt kommt er. Alter, wie viele Leute. Und trotzdem warten hier immer noch 29 Leute auf dem Bus. Holy shit, okay. Finde ich cool, dass aber beides positiv bleibt und beides so gut akzeptiert wird. Bin mal gespannt, wie sie jetzt dann reagieren, wenn so ein großer Zug daherkommt. Und so sagt, ja, ihr könnt auch mit mir fahren. Drei Millionen und das Ding wird bumm vollfahren. Aber bumm vollfahren. Holy shit. Ich finde das geil. Ich finde das echt geil. Aber zurück zum Thema. Ihr seht schon, wir machen jetzt so viel Plus, wie wir beim... Wenn ich die ganzen Fahrzeuge ersetzen muss, wie wir da fast Minus machen. Das ist natürlich schon eine feine Sache. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier zwischen den Bergen durchkommen. Dann hier rüber ziehen und dann hier rein. Von dort aus bohren wir uns direkt im Tunnel und fahren dann entweder hier direkt rüber und so. Das wird aber wahrscheinlich der Weg auch sein, den wir zu go haben. Oder wir werden wie immer eine Schiene nehmen. Und ausbauen. Ich habe jetzt beschlossen, wir machen es einfach auf einem simplen Weg. Einfach straight durch. Wir sind die Bahn, wir haben Kohle. Von daher ist es wurscht. Und dann nehmen wir direkt einfach den Anschluss hier. Nehmen wir natürlich ein Stück gerade. Und dann bis zum Ende. Wo ist es denn die Schiene? So. Perfekt. Und das Tolle ist, ich kann jetzt einfach hier so hingehen, das anschließen. Und wir kriegen das Schienensystem. Auch mega geil. Zack. Und der erste Bahnhof ist schon dran. Das geht schnell. Das geht flott. Auch wenn hier irgendwie eine Höhendiskrepanz oder eine Abstand. Was ist denn da passiert? Leute, das geht ja mal gar nicht. Was ist denn das jetzt? Wenn, dann soll das gleich sein. Aber was ist das denn jetzt geworden, bitte? Das sah... Oh, scheiße. Das sah so gut aus. Jetzt kommen sie mir mit so einem Scheiß. Wo sind wir denn hier, bitte? Hm, wo sind wir hier? Wir sind doch hier bei der Bahn und nicht beim... Bei der Boring Company. Die 3 Millionen Tunnel bohrt. Wir wollen einen Tunnel bohren, der gut passt. Und dann sind wir damit happy. So, dann machen wir so ein kleineren Stückchen, wenn der sonst so durchdreht. Dann mal durch und hinten angeschlossen. Besser. Jetzt schaut das schon mal um einiges besser aus. Da bin ich mehr zufrieden mit. Gut, und hier müssen wir natürlich wieder erstmal ein gerade Stück machen, damit wir sie wieder sortieren können danach, die Züge. So, dann gehen wir wieder mit einem hier gerade durch. Machen direkt die Kurve. Die wir so oder so machen müssen. Genau, nur noch... Es gibt eh nur noch das. Die alten Schilder gibt es gar nicht mehr. So, und was jetzt hier der Fall ist, wir müssen... Oh, hier haben wir noch einen Berg, über den wir durch müssen in dem Fall. Wir werden aber schon langsam sozusagen diese Kurve anfangen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir langsam sozusagen uns eintörnen. Ich versuche somit, so gut wie möglich mit höchsten Geschwindigkeiten hier zu fahren, weil einfach das teilweise besser ist. Wir schauen mal, wie er es anschließen würde. 90, 300, was soll das denn? Taugt mir? Nehme ich. Das war jetzt natürlich das ganze Ding auf einen Schlag. Vielleicht hätte man es auch besser machen können, aber ich finde es geil, so. Das ist so richtig so, wir scheißen drauf, wir machen einfach... Weißt du, die Brücke, die ist sowas von unnötig eigentlich. Und danach gehst du direkt in eine Höhle. Also wenn du die Brücke anschließt, so so, yo. Da hat jemand mitgedacht, aber ich glaube, ich kann unten eine Straße durchführen. Das gleiche sollte sogar gehen hier. Also Straßen passen noch durch. Aber, haben wir was wir sagen müssen? Wir haben unsere Station. Das heißt, ich mache meine Crosses. Danach schließen wir das Ganze an und bauen da eine... Ein Schienensystem ein. Weil wir haben es ja jetzt. Das gute Schienensystem. So. Der Teil steht. Jetzt werden natürlich noch Signale wieder gebraucht. Am besten ist auch, wenn du direkt hinter der Abkreuzung einfach sowas machst. Weil... Nein, dann kannst du da relativ schnell flicken. Dann mache ich es wieder on my way sozusagen. Dass im Tunnel nichts sein darf. So, da sind wir schon bei Station 1. Das Ganze nachverfolgen. Hier nochmal. Hinterm Berg. Einfach mal... Ich kann mich noch einmal erinnern. Als wir angefangen haben, wäre das so ein... So ein No-Go gewesen. Es wäre nicht... Wir hätten nicht so viel Geld gehabt, um... Einfach so eine Schiene so aus dem Nichts sehr hohen vorpumpen zu können. Und einfach zu sagen können, so... Tunnel... Pfff... Ist mir Latte oder eine Brücke... Pfff... Ist ja wurscht, ob da jetzt eine Brücke steht oder nicht. Heute können wir es einfach machen, weil es ist einfach... Scheißegal. Wenn du es so siehst. Also es ist halt echt... Mega geil. Wir haben hier Erhöhungen, angehobene Böden und und und. Ah, scheiße, das war der falsche Punkt. Und es braucht einen halt einfach nicht zu interessieren. Weil hier ein Bär über die Schienen läuft. Bist du dir sicher, dass du da sein willst? Das ist Ladenburg... Und... Siegburg. Das ist... Wir können es eigentlich Fern03 nennen, ne? Fern... Fern... Oder wie hieß die? Fern, 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 Punkt, 0203. Punkt 03. Wo ist er da? Jetzt klicken wir mal die Station an. Also, es geht von Siegburg aus. Wir fahren da rüber an unseren Stationen vorbei und kommen hier in Treublitzen an. Von Treublitzen geht es dann weiter nach Ladenburg. Und von hier wieder zurück nach Treublitzen und Siegburg. Genau, die haben es gecheckt. Siegburg ist natürlich die Frage, wo sich das schickt er uns in diesem Fall hin? Da gibt er uns das eigene Gleis. Das ist natürlich gut. Das nehmen wir auch direkt so an. Auch hier wieder sich anfängt zu teilen. Aber wahrscheinlich damit der Verkehr sich fließen kann. Gut. Dann müssen wir ja nur noch Züge einführen, die Sie diese Strecke nutzen. Und dafür müssen wir jetzt eine Auswahl treffen. Was nehmen wir denn da für schöne? Wir gehen mal wieder unter die Kombinationszüge. Weil ich finde da immer ganz interessant. Und ich überlege, ob wir den TGW nehmen. In diesem Fall elektrisch. Aber wir haben hier den TGW. Ich finde den toll. 144 Kapazität. 300 kmh schnell. Bedeutet, der lastet wirklich die Schiene aus. Nicht wie der Rest. Das ist der schnellste Zug, den wir eigentlich gleich hier haben können. Und wir färben den dann blau. Den nehmen wir. Einen blauen TGW. Was hätten wir denn sonst noch gelben TGW? Schauen wir uns mal einen gelben TGW an. Der schaut geil aus. Von denen sollen zwei auf der Schiene fahren. Und beide gehen aus fern, fern, 0,3. Wir haben einen TGW, Jungs. Schaut euch dieses Ding an. Alter, schaut euch das Ding an. Wer will nicht so was auf seiner Schiene fahren lassen? Ich würde so gern auch mal in echt in einem TGW sitzen. Weil er einfach echt geil ist. Es ist ja immerhin einer der schnellsten Züge hier in Europa. Oder ist das sogar der schnellste Zug in Europa? Und es ist der Wahnsinn. 300 kmh ist natürlich schon eine Ansage. So, wo fährst du? Dann fährst du in die selbe Richtung. Oder er wartet, bis der sozusagen weg ist um die... Okay, da kommen zwei gleichzeitig. Da kommen so viele... What? Wo kommen denn die alle her? Er fährt aber auch in die Richtung. So, der TGW ist eh gleich schon irgendwo anders. Ja, der TGW gibt jetzt grad Vollgas. Der TGW gibt einfach Vollgas. Der denkt sich so, yo, bin weg. Tschüss. Das ist natürlich geil, so ein Ding zu haben. Der sollte aber auch gut in die Station passen, oder? Gerade so. Nice. Dafür, dass wahrscheinlich noch keiner hier mitfahren wird. Ja. Nö. Leer. Aber wie gesagt, mich juckt es wenig, weil unsere Einnahmen sind so hoch. Da kann das gern passieren. Ne? Also da sollte fürs Erste nicht gespart werden. Wir werden jetzt aber hier auch noch dann die Straße wieder einführen. Und das wird eine Gebirgsstraße, denn die wird einmal hier lang führen. Und einmal hier oben drüber. Bedeutet, wir werden das jetzt hier anschließen noch. In dieser Folge. Und nehmen dazu diese Strecke hier. Und wir werden jetzt hier schon sagen, so, yo, du biegst, aber ich hab gerade Strecke eingebaut. Du gehst hier lang. Aber gleichzeitig werdet ihr hier noch eine Abzeugung haben. So. Versuch, um alle Maße, den Tunnel zu vermeiden. Okay, hier wird es nicht anders gehen. Was kann ich da alles... Was schaut denn hier cool aus? Das schaut gut aus. Jetzt haben wir sozusagen das Gebirge überwunden. Und wir geben uns wieder auf die Flachebene. Schließen uns hier mal an. Und werden das Ganze nochmal abreißen, weil... Also das Teil hier... Weil es passt ja mal gar nicht. Welche veralteten Welt leben denn die bitteschön noch? Hier muss eine normale Straße lang führen, direkt. So, hier so rauf. Du kriegst einen Anschluss hier. Und die Stadt wird dann hier so angeschlossen. Nein, dann müssen wir halt... Hier so an der Schrägebene lang. Wir versuchen das so gut wie möglich zu designen. Und dann schließen wir uns hier an. Zack. Die Strecke geht von hier nach da drüben. Gut. Und dann gehst du langsam hier so nach oben. Man kann es jetzt natürlich eine Highpass-Straße nennen und so Zeugs. Aber es ist keine Highpass-Straße. Eigentlich nur so eine Überführung. Nee, ich will hier keine Unterführung. Wenn, dann wird hier eingeschnitten. Und dann führt die hier wieder runter. Und schließt sie einfach direkt hier an. So. Wollen wir die Möglichkeit geben, dass wir direkt über den Pass fahren? Also sagst du, okay, du könnt auch hier abfahren. Also wirklich so eine Pass-Straße, verstehen wir die sein. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass ich das mal in diesem Spiel machen werde. Eine Pass-Straße. Ich bin schon sowas in Tirol gefahren, so eine richtige Pass-Straße. Es ist echt brutal teilweise, wie sich das, wie sich das dann da hoch schlängelt. Also das darf man nicht außer Augen lassen, dass sowas echt heftig ist. Kommen zu groß. Da sollte man immer ein Respekt vorhaben. Vor so einer Pass-Straße. Weil da hast du wirklich, also wenn du runterfliegst, ist da nicht viel mit zu spaßen mehr. Einfach just for fun da drüber. Alter, diese Pass-Straße. Soll ich einfach just for fun die hier dann abknüpfen und gucken, was passiert? Also ich mag mindestens ein Auto da drüber fahren sehen. Na gut, Leute. Ich würde sagen, ich mache bis zur nächsten Folge die Pass-Straße hier fertig. Weil das ist noch ein bisschen gefriemel. Und ich glaube, das ist nicht so spannend zum Zuschauen. Aber in der nächsten Folge werdet ihr dann sehen, wie diese Pass-Straße hier hinten langsam wieder runterführt und sich dann hier anschließt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.